Und damit wieder willkommen zurück zu einer weiteren Runde, let's find die Bonuslevel bei Lego und Jana Jones Teil 2, die neuen Abenteuer. Diesmal befinde ich mich in dem Kapitel Jäger des verlorenen Schatzes. Und auch hier empfehle ich, die Story erstmal durchgeballert zu haben, weil sonst kommst du ja nicht überall hin und kriegst nicht alle Leute, die du brauchst. So wie zum Beispiel Salah, hier den YouTuber, den kriegst du nach dem zweiten Storylevel und den brauchst du, weil der nämlich eine Schaufel hat. Um die Karriere erstmal freizuschalten und mit der machen wir jetzt erstmal gepflegten Rennen. Müssen wir machen. Oh, was jetzt? Ne, kaufen. So, müssen wir machen, denn durch dieses Rennen bekommst du den Raketenwerfer, Heini, okay? Und der ist auch ganz wichtig. Außerdem brauchst du jemanden, der ein Schwert hat, so wie er hier zum Beispiel. Und das geht erst, nachdem du dieses Level hier gemacht hast. Das müsste das dritte sein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber erstmal machen wir das Rennen fertig. Aus Lego. So, jetzt muss ich mal gucken, wo hier der Start ist. Ich glaube hier. Und los geht's. Bloß hier nicht runterfallen. Und da haben wir ihn. So fast, so gut. Was ist mit dir? Oh, Schlägerei oder was? Du willst Zack, zack hinlegen. Bazooka-Man. Sauber, haben wir den schon mal. Und jetzt nochmal kurz zurückgerannt und den Schwert-Type geholt. Aber ich glaube, den brauche ich gar nicht extra holen, sobald man den nämlich freigeschaltet hat und dann sich in das Bonus-Level begibt. Ist jetzt eigentlich ein Schatz-Level, aber ich nenne das alles Bonus-Level. Sobald man den hat, also freigeschaltet hat, müsste man eigentlich das automatisch ausgerüstet bekommen. Okay, los geht's. So, das haben wir. Ähm, du benötigst einen Charakter mit einem Schwert, um dieses Level zu beenden. Okay, hat er sich den doch nicht geschnappt. Muss ich also zurück. So was zumindest in den Bonus-Leveln davor. Da hat er sich das automatisch genommen. Ich weiß jetzt nicht, wo es da hängt, aber egal. Wie ein paar Meter da gelaufen. Komm her, ihr Kollege. I need you. Was soll was los? Ah, siehst du. Und jetzt funktioniert's. Okay. Ja, los geht's. Kann ich hier rüber? Achso, wo läuft das? Okay, warte mal, dann mach ich mal Stad-Magneten hier wieder an. Die mach ich mir mal ganz gerne aus, wenn's um Rennen geht und sowas, weil die Stads ja einem immer sagen, wo's lang geht. Wenn du sie alle vorher schon mal eingesammelt hast, dann weiß ich auch nicht mehr, wo's lang geht. Okay, so. Komm her, ihr. Bazooka-Joe, mach mal alles kaputt. Okay. Ja. Das war's eigentlich schon. Kann man sich das einsammeln, das Gerät. Easy going. Alles klar. Und das war das erste Objekt der Vigierde. Alles klar soweit? Okay. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.